Hey Leute, das ist eine kleine Einführung zu meinem Kanal. Ich werde in meinen Videos hauptsächlich Deutsch sprechen, aber ich versuche die Übersicht alles so auf Englisch zu halten, damit ich jede Klasse ansprechen kann. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Zumal ich werde versuchen, in nächster Zeit relativ viele hochzuladen. Ich werde Let's Plays hochladen, aber auch andere Sachen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich habe mich jetzt nur kurz hier gemeldet, erstmal alle zu begrüßen. Ja, und ich würde sagen, danke schon mal, dass ihr eingeschaltet habt.